Heidio Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Video. Es ist alles pink, es bedeutet es ist Glow und ich und die Glow sind so beste Freunde für immer mit Tattoos, die wir keinem zahlen. 4, 3, 2, 1 Und ich mache dieses mal was ganz besonderes. Es gibt eine eigene Tour und zwar die Special VIP mega toll Weltklasse. Ich treffe meine Stars Tour von HeyAaron und über Instagram habe ich zwei Damen ausgelost, die bei der Tour mitmachen dürfen. Freut ihr euch? Ja. Es lohnt sich mir bei Instagram zu folgen oder? Ja. Ja ihr macht super mit, aber wir sind ja ein Team und wir sind eine geile Tour heute. Deswegen habe ich was für euch. Die VIP Cappy Tours und T-Shirts. Ich wusste jetzt nicht wer gewinnt, deswegen habe ich alles in XXL gemacht. Mir passt es. Was wollt ihr machen? Zu duggieren. Ja klar, das Einfachste am Anfang zu duggieren. Und eine Sache habe ich natürlich für euch noch. Ihr sollt nicht nur einen schönen Tag haben, ihr sollt auch was lernen und ihr sollt Geld sparen. Und da habe ich für alle den Tipp. Für alle Geizkriegen und Sparfüchse wie mich, die auch gerne mal Pfandflaschen sammeln, ist die beste Seite im Internet schub.de. Weil bei Schub kriegt ihr bei jedem Einkauf bares Geld zurück. Und zwar wirklich bei jedem. Und ich bin ein riesen Schub Fan. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß schon, wir haben zwei, dreimal Werbung für die Kollegen gemacht, weil ich die Seite so liebe. Und hier sieht man auch ganz klar mein Schub Profil. Ich habe schon eine Menge gespart. Zum Beispiel schicke ich meiner Omi einmal im Monat Blumen, weil ich sie so lieb habe. Aber wenn ich schon Geld ausgebe, kann ich auch sparen. Und bei Blumen2000 gibt es 8% Cashback. Und an meinem Bauch sieht man ja auch aktuell, dass ich gerade wieder sehr gerne esse. Bei Lieferando gibt es immer 5% Cashback. Und bei About You gibt es zum Beispiel auch ganz viel Cashback für alle Mädels, die so aussehen wollen wie Miss Bella oder Dagi. Voll cool. Jetzt gibt es noch einen Knaller und zwar 10 Euro auf euren ersten aktiven Einkauf bei schub.de. Das heißt anmelden, sich eine Pizza bestellen und zack, gratis Pizza essen. Was gibt es Tolleres? Und weil ich mir jetzt wieder Miete, Essen und Mitarbeiter leisten kann, geht es mit dem Video weiter. Viel Spaß. Habt ihr schon irgendwelche Sachen aus dem Dagi-Shop? Ja, aber von der früheren Kollektion. Nein, dann bist du ja voll uncool. Hallo. Hi. Hey, na? Hey. Hi. Oh, gehört ihr auch zu euch? Ja. Hi, na? Geh mal weg. Entschuldigung, hier kommt die VIP-Tour. Gefällt euch so eine Jacke? Ja. Der Jogginganzug, den findet ihr also ganz gut, ja? Ja. Das ist Shuri, der Dagi-Shop-Chef. Wir finden den Jogginganzug ganz cool. Welche Größe? M. Auch. Zweimal Jogginganzug in M und Badalatschen 37, 38. Hey, nicht klauen! Shuri und große Taschen, weil ich geh noch zu Boutique rüber. Du bist ein Schatz? Dings, die finden auch diese Sportbeutel so toll. Oh, guck mal, sie versteht das Konzept. Ja. So, jetzt haben wir's. Immer dranbleiben, immer dranbleiben. Immer. Ich würd den Arm hochnehmen, aber das macht man nicht. Die Mädels, die sind heute hier, wollen den schönsten Glottag haben und der will ja viel schöner mit Parfüms. Aha, da müssen wir noch was machen, oder? Wow! So, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. VIP-Tour, VIP, kommt da mit. Hier ist die Hey-Aaron-VIP-Tour und wir machen tolle Selfies mit den Stars und die wollen nicht kennenlernen. Okay, das freut mich. Ja, dann sag doch mal Hallo, stell dich vor. Ja, aber das wäre jetzt unfair meinen anderen Meet & Greet. Wir sind die VIP-Tour. Ja, schnell ein Selfie machen. Ja, okay, schnell ein Selfie machen gehen. Ja, Selfie geht immer. Übrigens, bei Nivea gibt es bei Schub auch Cashback und zwar nicht wenig. Immer mir nach. Ich heb die Hand so, das sieht nett aus. Ja, wir sind die VIP-Glow-Tour und VIPs dürfen vordrängeln. Zwei Typen bitte. Hallo. Nein, du gehörst nicht zur VIP-Tour. Ach, ich dachte, wir kriegen so ein Ding. Nein, das ist nicht zum Kaufen. Ach so, wir sind die Glow-VIP-Tour und wir wollen schnell den Lippenstift mal rotzen. Sorry, VIPs first. Werdet reich. Kommt zu mir. Kurze Frage, wie lange habt ihr angestanden? Zehn Minuten, oder? Ja, schon zehn Minuten mal gespart, was? Hey, na? Hi. Hi. Hey, na? Nee, ich bin am Drehen. Hey, hey. 320 Zimmernummer. So, hey. Wo ist denn die Chefin vom Stand? Mädels, dreht. Nee, 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 nee. Ach so, drehen, dreht. Ja. Cool. Die Lip-Coach war am besten, ja? Ja. Cool, auch die Lip-Coach. Geil. War ganz nett von nix, Dagi war großzügiger. Weiter geht's. Hey, das Tolle ist der Disney-Shop, der ist auch bei Schub und da gibt's fett Cashback. Also, wenn ihr mal so eine Mickey-Maus hier haben wollt, gibt's im Disneyland und Cashback zehn Euro, paar Prozent, megageil. Also, Schub.de, Link in der Videobeschreibung. Sorry, VIP-Tour, weg mit euch. Wir wollen Sachen umsonst haben. Ich würde gewinnen, es gibt Pinsel. Hau mal raus. Hast du Lust auf Pinsel? Ja, du brauchst welche, ganz sicher. Ich brauche die ganz sicher. Das sind zwei Mädels. Ach so, sorry. Ich kann nicht zählen, wir wollen ja nicht mal so rumreißen. Gib einfach die Pinsel in Quatsch nicht rum. Guck mal, das ist meine Gewinnerin der A-Rund. Special VIP, megatolle V-Light-Klasse, ich treffe meine Stars-Tour. So sieht's auch aus. Und die sollen was Cooles kriegen. Du hast eine Kollektion, besorg mal was. Erzähl doch mal was zu deiner Kollektion, du kannst gratis Werbung haben. Äh, nee, ich hab mich auf... Oder nein, gib doch lieber nur die Jogging-Hosen. Oh Mann! Kennt ihr Annika? Ja. Die war auch schon bei Videos auf dir. Ja, sie war bei Videos in mir, auf mir. Das haben wir jetzt nicht gefilmt. Ja, eine ist die nächste. Mädels, kommt her, wir treffen hier eins nach dem anderen. Nein, Star, wir treffen die Coco. Oh wow, danke. Umarmt sie ruhig. Coco will umarmt werden. Aber wenn man sonst keine Umarmung bekommt, dann halt so. Pass mich bitte nicht an. Wir sind eigentlich nur da zum Schmarotzen. Hau mal was umsonst für die Mädels raus. Was wollt ihr halt haben? Was? Wir alle direkt sagen ja, nimm mit. Also ich und mein Freund zusammen haben eine Schmuck-Kollektion, die wird bald auf den Markt kommen. Und da wird es Ketten geben. Wir fokussieren uns da erstmal auf so eine Travel Collection, weil wir einfach beide auch gerne... Mit dem Gutscheink-Hotel Aaron gibt es 10%. Ja, ist das so? Das ist Silber und Roségold. Roségold? Roségold? Roségold. Ich kenne nur pures Gold mit meinen AdSenseinnahmen. Einige Stars getroffen. Luisa, Coco, Annika, mich. Die Mädels haben die VIP super special, mega toll, Weltklasse. Ich treffe meine Stars. Tour gewonnen von mir. Sehr gut. Und da brauchen die paar Geschenke. Haut mal die Taschen voll. Ja, gehen wir hin. Wie alt seid ihr? 15. 14. Ja, da geht es nur. Wie lange sind die haltbar? 4 Jahre haltbar. Ja, das passt. Das passt. Eine für mich. Wirklich die Lochis? Nein! Hör mal, die sollen Sex haben und nicht für immer zerstört sein. Jugend gegen Aids ist wirklich eine wichtige Sache. Wir kennen uns schon länger. Vielen Dank. So, ich will auch mal auf so eine Kampagne rauf. Auf so ein Bild wie die Lochis. Ja, schreib mir mal. Wo sind denn die ganzen Stars von Köln 50667 und so? Vielleicht. Spielst du da mit? Nein. Hätte ich gedacht. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr bei der nächsten Tour dabei sein wollt, wir wissen nicht, vielleicht ist es die Glow, vielleicht ist es die Comic Con oder auch eine andere Messe im Oktober. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt. Und ich kann euch eins sagen, es lohnt sich immer, mir auf Instagram zu folgen, weil die Mädels tun das und zack, haben sie den schönsten Tag des Lebens gewonnen. Dankeschön. Wollt ihr dich auch machen? Dankeschön. Aber jetzt ist die eine traurig, können wir nicht noch einen Skin Detox bitte haben? Bitte, Neutrogena. Jaaaa! Hier sind die VIP Tour. Die Dame da und wir. Ja, herzlich willkommen. Und wir wollen ein bisschen was abziehen, also Geschenk kriegen. Ja, das ist doch klar, gerne. Was habt ihr denn? Die Bounty. Ja, nur vegan. Für dich, vegan. Hallo. 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 Wir wollen einmal drehen. Bitte. Uh, hast du eine Cosmetiktasche gewonnen. Was ist, wenn ich auf BB komme? Dann hättest du den Zauberstift gewonnen. Wow, BB. Ich bin die VIP Tour, ihr müsst mit meinen Gewinnerinnen Selfies machen. Ja klar. Man muss auch sagen, alle schenken denen irgendwas. Hast du was in deiner Tasche, Patricia? Ja, ich kann denen auch gern was abgeben. Ja, oder gib denen bei N5 wahr. Ist auch okay. Oh, ich hab kein Geld dabei, du. Hast du Geld bei? Nee, leider auch nicht. So viele Werbeposte und kein Geld? Kommt mal mit, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Die T-Shirts sind geil. Guck dir mal die Tasche an, der Schuri hat richtig rausgehauen. Jogginganzüge, Schlappen. Nein, da sind aber eine andere Sache drin, ne? Jaja, aber Jogginganzug, Schlappen. Ist doch geil. Hallo, hallo, hey. Hallo. Das ist die Dagi. Wie? Wie ich verstoßen werde. Geh weg. Jetzt geht ihr die ganze Zeit mit Arum durch die Glow? Ja. Ja, sehr cool. Dann müsst ihr gleich mal zu Baitique gehen. Vielleicht kommt ihr auch ein, zwei Sachen. Ja, nee, ich und Eugen sind in 10 Minuten verabredet. Ah, cool. Ja. So, sorry. Wooo, der Eugen. Wooo. Wooo, Eugen. Eugen, wenn du jetzt ein Teil der Tour sein willst, musst du mein T-Shirt in der Zeit tragen. Auf gar keinen Fall. Wollt ihr mal Sammy zuwinken? Okay, anscheinend nicht. Nein. Immer mit, immer dranbleiben. Nein. Oh, kennt ihr Jolene Mendes? Findet ihr die gut? Die? Die, die da läuft? Nein. Nein? Okay. Gleiche relevant wie Tantam Beauty. VIP Tour. Stopp, Entschuldigung. Die VIP Tour. Woll mal was raus. Was? Keine Scheu. Dürfen wir auch noch ein Bild mit dir? Du sollst Fotos mit deinen Stars machen, nicht mit Eugen. Und für was drehst du? YouTube. Hast du einen Kanal? Ja. Wie viele Abos? 300, aber auf Insta. Und auf Insta? 6000. Sorry, da mach ich mein Image kaputt. Nimm mal die Kamera weg. Es geht weiter. Wenn selbst die von RTL 2 Angst haben. Wir wollen nicht. So, guck mal, das sind die Gewinner meiner Tour. Macht mal ein Selfie und seid nett. Was ist denn das? 2 Paletten. Meine eigene Paletten. Beim Bauchbinden machen stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Wer ist das? Mustafa Jemers, Köln 50 667 Star? Oder Tanzverbot. Schreibt's in die Kommentare. Hashtag Mustafa. Hashtag Tanzi. Kriegen wir auch die Nummer, falls sie Ausschlag kriegt? Nihann! Nihann! Ganz kurz, ich mach die VIP-Tour. Die wollen Selfie mit dir, die VIPs. Natürlich. Der kommt sehr hoch. Das muss man sagen. Nihann ist total locker. Der Kollege, der sie fotografiert, findet's nicht so gut. Nihann hat die neuen Schuhe von Deichmann an. Und bei Deichmann gibt's auch Cashback bei Schub. So, hier. Hey, Faye. Hallo. Man muss sagen, die Mädels haben gerade Pause gemacht. Und Faye wollte unbedingt bei der Tour dabei sein. Ja. Die Mädels kennen dich und mögen dich. Hi. Hey, umarmt sie ruhig. Die mag das. Und was steht bei Jaglo noch bei dir an? Meet & Greets an meiner Klamottenlinie. Ach, hast du Klamotten? Ja. Da hinten am Stand, wo alle haben. Noch mal kurz. Oh Gott. Da bin schon mal ich? Hatte das Aaron gerade an. Ich fühle mich ein bisschen angeschwitzt, so mit dem T-Shirt. Und das sind alles meine Sachen. Also, ja, wir schnappen jetzt was weg für euch. So, okay, danke, Faye. Tschüss. Voll schön. Was ist das? Ein Crop Top. Ja, na nimm, Faye zahlt. Kommt mal mit, kommt mal mit. Die Bella hat auch ein Buch rausgebracht. Auf dem Bild wird die sie schon wegmachen. Ein Spann. Ah, Timo guckt geschockt. Du boxt ja wie ein Mädchen. Ja? Wir sind die VIP Tour und wollen unsere Taschen voll machen. Ja, was wollt ihr haben? Alles. Alles. Zweimal. Gibt was für den frischen Atem? Oh, da nehm ich auch ein? Nein, nein, nein. Bella. Sie sagt, ich hab sie gerade. Na, was macht ihr da feines? Hallo. Wir repräsentieren die M und die Ausbildung. Was man nicht für alles 500 Euro macht. Die Mädels haben die VIP, wir sind die besten Tour gewonnen. Ja. Können die einmal schnell ein Foto machen und einen Stempel haben? Ja, natürlich. Super. Ah, die Tüte ist schon schwer. Locker fünf Kilo. Eins, zwei, drei. Ach, da seid ihr schon. Der Blick so, du Idiot. Okay, hey, weiter geht's. Ein Special Meet & Greet mit Miss Bella. Nur coole Leute. Ja. Aber immer zu dritt. Oh, yeah. Hast du nicht irgendwie, du hast doch hier BA Cosmetics Palette und so. Besorg mal was für unsere Taschen. Ja, besorge ich. Kann ich machen. Wo ist denn der Stand? Ich weiß es nicht. Ich war selber noch nicht da. Flo, wo ist denn der Stand von BH Cosmetics? So, dann gehen wir mal dahin Sachen besorgen. Mädels hinterher. Guck mal, der macht Jugend King Aids auch was ganz Wichtiges. Ja, immer mit mir. Oh, ja, ja. Hey, was geht heute noch? Nee, die brauch ich ja jetzt nicht mehr. Hier, könntest du jetzt hier. Na ja, halt, ne? Irgendwo ist ganz groß dein Gesicht. Wenn ich auf einer Messe in Berlin wär, im Oktober, wüsste ich wo. Achtung, VIP Tour, VIP Tour. Guck mal, ist das jetzt unangenehm? Ja. Nee, gar nicht. Halt, stopp, uns gehört der Laden hier. Ach so. So. Nein, nur die VIP Tour. Sorry. Nur die VIP Tour. Wir gehen auf meine. Und noch Pinsel. Und wenn ihr jetzt neidisch auf die VIP Tour seid, weil die so mega geile Produkte von BH Cosmetics gekriegt haben von Bella. Hey, BH Cosmetics ist auch bei Schub. 9% Cashback. Einfach mal einkaufen. Über den ersten Einkauf kriegt ihr auch noch 10 Euro auf meinen Nacken. Was wollt ihr mehr? Du willst ein Foto? Ja. Guck mal, dein Autogramm von Coco. Hey. Was? VIP Tour ist hier. Hallo. Hallo. Ich wollte euch die Gewinnerin der VIP Tour von mir vorstellen. Hallo. Lisa Marie. Oh, sehr schön. Hallo. Ich bringe Fans zusammen. So, jetzt macht schnell euer Selfie. Halt, ihr gehört nicht zur VIP Tour. Geh weg. Ihr gehört nicht zur VIP Tour. Wollt ihr Anna-Cola treffen? Muss aber nicht sein. Eigentlich kommt immer das Beste zum Schluss. Wir haben Anna. Ist auch okay. Danke, Anna. Bitte. Jetzt hast du dich auch wieder in mein Video gezeigt. Tschüss. Ein schöner Glow-Tag ist vorbei. Hat es euch gefallen? Ja, total. Ja. Was war das Highlight? Dagi. Auch. Hey Dagi, ich habe ihm noch Lisa Marie und so rausgeholt. Vielen Dank an alle Kolleginnen, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was denkst du, wie viel die wert ist? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Ihr habt auf jeden Fall gut abgestoppt. Ich freue mich für euch. Und wenn ihr dabei sein wollt, beim nächsten Mal auf einer anderen Messe, folgt mir auf Instagram. Die Mädels, falls ihr die nett findet, links in der Videobeschreibung. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Gib einen Daumen nach oben. Bis dann. Tschö. Mach mal. Okay. You are my fire. Ihr müsst irgendwann auch einsteigen. You are my fire. You are the one desire. You are the one desire.